Mein Name ist David Patzentny, ich bin 29 Jahre alt, Immobilienkaufmann und Immobilienökonom und seit März 2021 Teil des Goodman Teams. Ich bin Teil des Business Development Teams und bin für den Ankauf und die Entwicklung von Grundstücken in NRW zuständig. Die größte Herausforderung aktuell ist es, passende Grundstücke zu finden und diese auch erwerben zu können. Der Wettbewerb ist groß und das Angebot ist klein. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir schnell agieren und uns vom Wettbewerb abheben können. Ganz besonders Spaß an der Aufgabe macht mir die tagtägliche Netzwerkarbeit, über die wir vom privaten Grundstückseigentümer bis hin zum internationalen Großkonzern das gesamte Spektrum abbilden, super Kontakte knüpfen und mit jedem Projekt neue spannende Geschichten mitbekommen. Jeder Kunde bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich und wir können mit unseren Lösungen dazu beitragen, dass das Business unserer Kunden weiter wächst. Hier bei uns findet man ein modernes, innovatives Arbeitsumfeld und die perfekte Mischung aus den jungen, wilden und erfahrenen Kollegen, an die man sich bei Fragen jederzeit wenden kann.